So, jetzt haben wir uns das, äh, das ist klar, das ist hier, ja. Vielleicht, Herr Kiefer, wir werden mal so in den Bogen kommen, wenn wir da hergestellt werden. So, Dettel, wir kommen von uns in der Küche, das ist von Hamburg. Ja, weil wir ja eine Frage, war da und fährst du, wenn wir mal mit Wachwohnen. Und so auch wenn wir da nicht, dass wir da auch nicht kommen, oder wir müssen ja nicht mit der Taxa fahren. Willkommen. Ja, wir wollen doch mal mit der Taxa fahren, das ist ja schneller, und wir wollen mit dem Grupp, und dann doch die Gäste, die wir auch nicht kommen, sollte mehr. Ja, weil es passiert, dann bleibt ein Tor, der Grupp, wenn er noch so gut ist, dann muss ich davon so, dass wir 20 Minuten nach Hause marschieren. Aber mit dem Grupp, weil ich so leide, denn so unterwegs wäre nicht so. Das war jetzt nicht so richtig abgeholt, von der Klinik. Also, ich werde jetzt noch morgen und übermorgen mit der Klinik. Aber wir rufen jetzt in den Klinik, weil ich mir so, wie letztes Mal heute Urlaub gemacht habe, mit meiner ganzen Familie, Oma, wo wir auf den Bogen kommen, auf den Bogen Urlaub gemacht haben, weil wir jetzt nach Hause kommen, und dann, weil wir nach Hause kommen, wo wir jetzt wirklich nach dem Bogen kommen, gell? So, dann ist der Grupp, da drei, zwei, drei Tage unterwegs gewesen. So, rauf, morgen, rauf, morgen, rauf, morgen, runter, ins Ruhrgebiet. So, Elke, Mikrofon, das ist Ihr Bill. Bitte, Schwarz. Ja, danke, Herr Wolke, na ja, gut, dann sind die Koffer, ist das Gebäck auch manchmal unterwegs und will noch einmal zum Urlaub noch, so wie sich das ganz gut vorkommen. Das ist wahrscheinlich nicht das einzige Mal bei dir. Gut, Mikrofon geht aber weiter zum Josef, der ist der Lina, der ist der Gold. Bitte. So, der ist für den Klieren, der ist zurück. Ja, ich freu mich an die Insuziation, heute. Die Woche, die war eben auch im Grunde des Mittags nicht sehr erheblich reich, ne, rauskommt man so gut wie gar nicht. Das macht keinen Spaß, bei dem Winter rauszugehen und ins Patient zu gehen. So, aber ich habe schon gerade die Zeit, weil wir die Kiefer-Kunkel-Reiter oben wieder aufgaben, die wir aufgaben sind, der ist der Erste, der ist der Sieg. Eine Hinschuldung, ja, auch mal auf dem Grund, der ist das Glück, eine Erstverbindung mit Planern zu kriegen. Ja, dann lasse ich mal mit meiner Lieben nachdenken. Ich gehe für 1.4, ich bin noch ein ganzes Blick. Ich gehe zählen, wenn wir dann kündig das Ding, dann quasi ein Corona-100-Kunkel-Beansagen, dann werde ich mich gar nicht mehr schaffen, denn ich bin. Ich habe vielleicht nicht einen neuen Anlauf, das ist also ein Jahr neu ausgeschrieben und für das berufsätzliche, man muss sagen, mindestens 50 Liebste-Tierländer haben. Oh ja, das war das erste Jahr, wo ich das Ding verborst habe und ich weiß, ich kann es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber ich muss sagen, die Aktivitäten auf dem Satellitenjahr noch reich nachgelassen sind. Die Euphorie ist auch da raus. Ich habe mir gesagt, so ein Mikrofon. Ja, wo ist es drin, wo ist es drin jetzt? Ich muss nicht so ... Ich muss nicht mal, ich muss bei der 10.4 Uhr reinigen. Ich habe gesagt, das ist so meh, wie ich nach Dienst, so das kann ich nur am 10 kein. Der X kein, das ist X kein. Die haben eine Dürf Assistance geht. Okay. Okay, ich helfe, wäre das der richtige Idiot, wir brauchen auch kein Problem. Ja, du hast natürlich Funkwoche gehabt bei den Betern, ich darf nicht, wir dürfen hier nicht klagen. Wir sehen eigentlich kein Nebel, es gibt ja jetzt nur einen Tag, wo schlecht war, das war glaube ich vorgestern. Da hatten wir Nebel, aber da war die Nebel, wie soll ich sagen, und da ist der Nebelunterkante bei lauten Fuhren, da steht da einfach, es war nicht so gut, es ist nur sehr feucht und da kriegt einem dann die Sand, die Knochen, und da macht man wirklich nicht drauf zu sein. Aber ansonsten haben wir hier eigentlich immer wunderschöne, aber kühle, natürlich kühle Herbsttage, aber die ist halt mal so. So, Erich, Mikrofon geht zum Tier, Delta Lima 6, Delta Alpha Julian. Ja, hier kommt der Müll, der ist 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 der Müll. Ja, was kann ich jetzt hier, nur, dass wir nicht über eine Information, ich gebe mir jetzt die Müll, der ist der Müll, der ist der Müll. Und ich muss jetzt mal rauskriegen, die mit dem Guttenaren, ich sage, das könnte schon hier halt so anders. Aber, naja, da komme ich auch trotzdem zum Nikon, ja, mit dem Guttenare jetzt morgen ursprünglich, ja. Heute auch hier, das in der Landkunde, der hat nicht gedacht, dass man jetzt wieder alles neues, um die Müll, nämlich nicht jungesennesitzenden, ja. Das ist ganz teuer, macht schon Spaß, aber dann guckt mich auch nicht mehr, der schlau ist. Das ist auch nicht so schön. Ich war aber nicht weitreichend. Wir mussten hier die deutsche Ausstellung. Ja, ja, wenn man älter geht. Ja, ansonsten. Wir waren ja nicht neu. Ich weiß nicht, der Horst hatte gesprochen. Er sagte, wenn er am Rund nicht kommt, weil er war in der Führung der BNR. Er wurde dann geträftet, gemacht. Er war dann vom Kammateure. In seiner Rund, ich weiß nicht, dass ich vieler wohnen kann. Er hat sich im Alltag gewusst. Aber ich weiß nicht, dass er auch langsam zurückzieht. Ich habe mich gefreut in euch. Wir wissen, dass ich mir alles ein bisschen wundere. Und es war eine Frage an die Wolken her zu kennen und ich bin mir jetzt wieder zu Hause. Ich wollte sie mir nicht fragen, ob ich die Linke noch nicht so froh und wusste oder darf, dass man sich schon jetzt zu Hause ist. Und dann kommt es auch noch zu Hause. Das war alles gut. Ich wünsche euch allen mal einen schönen Abend. Ja, danke Erich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, eine gesunde, eine schöne Woche. Nicht allzu viel in der Nähe zu besitzen zu müssen, oder dann noch ein bisschen Abwechslung mit Funk und so weiter. Freut mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Ich wünsche dir noch was. Das Mikrofon geht gleich weiter zum Vorsicht. Ja, danke schön. Das Mikrofon geht gleich weiter. Ja, ich war schon noch da, dass ich die Alte nicht zurückgekommen hatte. Ich bin ja schon im Bergen geblieben. Bin ich da heute nachmittag eingetroffen und breitig durch. Abflucht noch was. Ja, so schon zu Hause. Ja, schön Abend, schön Wochenabend, alles Gute, alles. Ja, so. Ach, und dann gebe ich weiter mit Detlef. Detlef. Bekommst du dir ein bisschen nach Hamburg. Ja, unser Thema. Delta, Alpha. Entschuldigung. Ich meine Frage, Antworten Sie mal. Wann der Schönberg, hat der auch das Museum da in Rufrecht Altenstaatenbahn, der erste Teil um die Ecke in den Museumstaatenbahn, wer war? Nein, ich war leider nicht dort gewesen, weil das hat sich zeitlich nicht ausgegangen. Und am Sonntag war ich dann nicht viel gewesen, wenn ich den Fahrradzug besorgen und ich habe mich nicht geschafft, weil das ein bisschen ungesinniger ist. Ich war da mit dem Buschen schon gekommen. Ich wollte da nirgendwo hinfahren. Ich wollte in meinen Bus da mal umsteigen und da wieder umsteigen. Und das war mir dann natürlich zu stressig gewesen. Immer so richtig hinfahren. Da war ich nicht dort in Südmau. Hätte mir gefällt, aber wahrscheinlich, wenn ich diese alles gesucht habe, diese alles so... Und weil alles dicht auch gehört, die wirtschaften, und ich war Cecilia und ich kriege sie sohn. Und wir wollten es auch nicht durcheinander blieben, das ist bei mir gerne. Es war mir gerade interessant, ich hätte mich also nicht überlaufen zu schauen, gell? Aber das ist leider nicht der Fall gewesen, dass es leider nicht der Fall gewesen wäre, weil ich tatsächlich nicht ausgekommen bin. Ja, das ist immer ein Problem, wenn man andere haben, ich war auch mal in den Häusern hier, in meiner Ländersitzung, vor drei Wochen, nach meiner Operation, und da konnte man schön überall hinfahren, aber kann das nicht tun, soll ich das? Ich habe einen Parallel-Marie geliehen, da konnte ich den Parallel-Parallel beginnt, ich fahre, ohne Probleme. Willkommen. Nein, aber das ist in die Abnahme kurz aufgegeben, aber wenn man den nächsten Tag, das ist ja fast ein Begriff, dass ich nur noch eine Anwendung habe, dann konnte man bis zum Anbessen, eine Anwendung hat einen ganzen Tag, wo der Zwischenrat eine eine Stunde und eine andere Stunde Zeit, dann wird die nächste Anwendung wieder, das ist eine Baulwand genug, aber die haben die Versuchung ausgezogen, war dann noch ein Samstag. Und später war es dann auch nicht danach, weil er dann nähert und da wollte ich mich auch nicht so krühen, und es war dann natürlich so, das war ein bisschen ein weiterer Auf- und Wunder gelaufen. Elke, mikrofon zu dir bitte. Ja, dankeschön, der Mikrofon, Wolfi. Ja, das ist natürlich klar, wenn man es nicht geht, und wenn die Zeit in die Art nicht so spät ist, und es ist nicht mehr fertig genug, dann wird es überspringen, dass man von einem Weg kommt. Ich wollte mich eigentlich für die Karte bedanken, die du uns hingekriegt hast, für uns an die ADL 504, da habe ich heute eine Kopie bekommen davon, die ist natürlich wunderbar, danke vielmals für diesen Ausdruck. Ja, der Mikrofon geht weiter, äh, zum Josef, die Runde ist heute nicht sehr groß, Delta-Lima 4, Delta-Polz, bitte. Ja, wenn wir uns wieder gehen, ja, das geht noch nach, der ist ja kleiner, weil ich mich dann auch, der Abschied, ja, die Grüße uns auch bei der Lea, die sind auch beim Jörgen gekommen, und sowas, was ich Ihnen dann dafür, ja, das gehört, der Erik ist schon weg von 67, also sagt er, wenn man die Batterie nicht bei einer Fernbedienung aussetzt kann, ich glaube, das hat er noch nie gemacht. Das hier wohl auch, dass die ja dann mal umgehen, die ja funktionieren, ne? Ja, und heute hatten wir da wieder Zufall, dass wir uns wohl fast, äh, war wieder Schönberg in Fernse, ne? Schönberg, wo man von Kalifornien nach Brasilien zu Fuß gehen kann, ne? Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau welche Sendung das war, das war aber jedenfalls noch gar nichts, ne? Da wurde dann auch so einiges gezeigt, ich habe auch unter anderem wohl gerade in der Kohlplik nicht gehalten, ne? Ja, ja, gut, gut, so, sonst habt ihr ja nichts gemacht, dass man gut als Schatten und keine Krankheiten dann nicht alles in Ordnung, ne? Ja, danke schön, nein, ich wollte noch einmal kurz sagen, das heißt in die Kohlschatten, das heißt in der Sternstuppe, ich wollte die Stern am Morgenstuppe, und das war jetzt meine vierze Bereha und dann findet man sich an, wie der Fucht verwirrt, gell? Ja, ja, die vierze Bereha schon, und vor drei Jahren war das ein bisschen ordentlich gewesen, und auf der anderen Seite war sie, und jetzt war ich auf der Ostzieppe auch rügt, gell? Ja, ja, auf der seltenen Höhe auch, gell? Ja, ja, aber die vierten Bereha schon, meine, bitte noch einmal. Und das ist jetzt meine, alle ein wenigstereere, was jetzt mal, komm mal was an, ich weiß, auch nur am Morgen noch, das werden die links und die, die links und die erste und nichtereere, und vielleicht haben die vierten Bereha gekauft, Josef, gell? Aber ich glaube, das meinten, die zum Verabschied und zum Dämpf, und damals, ja, zur Elfie, gell? Ja, ja, das ist klar, das ist nicht mal so einfach, danke, ja, die Ofer, da soll ich so funktionieren, bei der, seit ihr alles wohl auf ist, bei der Nächte jetzt, gell, Elfie. So, dann geht's kontinuierlich weiter an den, am Dämpf, wünschen Dämpf! Ja, ich bin jetzt noch mal wieder mal wieder mal, ich darf auch mal kurz machen, weil, heute Abend war da auch viel Fußball wieder frei, so kommt noch her, da ist ja schön, oder werde ich mir jetzt mal sehen, auf welchem Programm das läuft. Ja, okay, dann nimm ich jetzt das Mikrofon zum, zum Finale für die Runde, Deckel zieht sich auch zurück, schaut Fußball gut, ist auch notwendig, und wünscht dir ebenfalls eine schöne Woche, denn gleich, bedanke ich mich für das Runde, und wir freuen uns dann aufs nächste Mal. Jawohl, die vierzehnte Reha, und wie schaut dann da mit den Sternen aus, weil die Götzl, die von der Schnuppe will ich gar nichts wissen, aber die Sterne werden natürlich interessant. Nun, der Mächtel, ja, das geht jetzt halt langsam wieder aufhören, aber jetzt dort im Bauertal ein bisschen, weil die Schmerzen, die so schnell kommen, auch weil sich dort so langsam vergehen wird, und da hat sich immer noch ein bisschen zu kämpfen, dann hat sich von dort und da abgeschickt, aber sonst ist sie wieder aufgedehnt, Ja, bitte. Gut, Wolfi, Mikrofon zu dir, und dann werden wir wahrscheinlich auch Schluss machen. Ja, Dankeschön, Wolfi, das Mikrofon. Oh, aber die Sterne, das gehört doch, ja, ich bin ein paar Sterne gesehen, oben am Himmel, aber auch ein paar Sonsten habe ich nicht gesehen, ja. Äh, das... Ach, ich weiß, da bin ich raus, wo man die Sterne noch sieht. Ja, ja. Und dann, du, und dann sagst du, wenn du mein Rest hast, und dann will ich jetzt meine, äh, für die Bregel ja auch so, gell, da will ich meine Schmerz-Hotze machen, gell, wenn ich Schiedschen auch, wenn ich, gell, so, der hat das Wut, der hat der Punkt, und, wie alt sieht man, dann hat er mich geschmissen, so, und... und das mit dem jetzt, wo du erst geschneidest, weil er mich halt, und er hat die aufgemacht, da bin ich ja heimgekommen, ich dachte, du, er hat ihn aufgemacht, von ihm kam, und er hat mich jetzt richtig drüber gefreut, drüber, dass ich da umgekommen ist, gell, so, mein... Allerf, weil mir Iga, er hat ja den Dank dafür, ich... der ist zuerst an der Fies, gell, er kommt ja gerne jetzt jetzt zusammen. So, er ist weg, ich habe noch einmal zu dir, bitteschön, eine schöne gute Macht, und ich gehe auch ins Bett, und er hat mich, und ich bin ja oft, ja, auf die Beine, Kopf am Backen, und alles mögliche, was er gemacht hat, ja. Das war ja auch nicht, und, äh, und, äh, und, äh, ich habe mich auch noch mal geholzt, und, äh, und, äh, die nächste Arbeit gemacht, das war eine vierze, fünf Stunden, Zutagsbessung, und, äh, am nächsten Tag, dann einmal, ich habe geschaut, um halb sechs, und halb sieben, habe ich das dann abgegeben, bei der Schwester, und, äh, und dann, er hat jetzt, da, in die Hand geht, so, 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 Elfi, willkommen zu dir, schöne Grüße, die die Wackrechte kommt, und, äh, das war auch, die Anwendung zu machen. So, Elfi, willkommen zu dir, schöne Grüße, von Hauptschaus, alles Gute, und wir hören uns wieder, bitte! Jawohl, Wolfi, man schaut auch, äh, wenn du, äh, in die Wackrechte kommst, äh, dass du den Schlaf nachholst, den du heute Nacht, mit dem Gerät wahrscheinlich, den du ein bisschen, äh, Wohltuend gehabt hast, das kann ich mir schon vorstellen. Und, äh, ich, äh, werde es beinens Dank weiterleiten, ich werde ihn, äh, mal wieder hören, beim Segen der Hose ist, weil wir müssen ja momentan alle zu Hause bleiben, und, äh, und, äh, aber ich werde ihn sprechen, und dann werde ich beinens Dank wieder mitgehen. Passt ja wohl mit. Bis zur nächsten Woche, ich schau, dass du wieder gut ankommst, daheim, mach langsam, äh, man soll dann nicht alles überschlagen, wenn man aus der Reha kommt, äh, sonst bricht's nicht hei. Bis zur nächsten Woche, das war's, all 6x3, ich werde nicht noch mit all 6x15 dann nicht gehen, sonst vierte, und servus, bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Da gibt's ja alle klein, die Gäste, Daniel, ich hab, äh, wir geschaut, ich hab's Telefon abgeschaltet, bis bei jetznern, das muss ich der, jetzt draufgeschalten, bis zur nächsten Woche, das ist ja mein Buch, damit ich mich so beängscht, ich komm's da rein, ich geh schon wieder los, mit dem Amt geritten, oder was, 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 war, ich war einmal in der Heimat, was, Ich wollte nicht wissen können, dass ich gesagt habe, wenn man am Amtskirchen nicht mit ihren Osten passen möchte. Das war nicht auch scheiße, da hat sich gesagt, furchtbar. Ich habe gesagt nach der Uni und dann geht es schon wieder losgehen. Dann hat keine Ruhe. Okay, dann wird es ja nicht so tragisch sein. Rolfi, es ist nicht leicht. Es kommt wieder ein anderer Band. Man hört sich wieder, Rolfi. Servus, wird eh gute Nacht. Ich hab schon wieder. Delta, Delta, 2, Delta, Falschdrasse is connected. Deactivating, Echolink.